Rachel. Rachel ist Beschützer der Liebe. Rachel ist eines der Engelslichter. Rachel kümmert sich besonders um die menschliche Sexualität. Rachel gehört zu den drei Freitagsengeln und damit gehört Rachel auch zu den Engeln des Planeten Venus, was in der indischen Mythologie Shukra ist, hat in der Kabbalah drei verschiedene Engelswesen. Und Rachel gehört eben zu diesen dreien. Rachel beschützt die Beziehungen und auch die Liebe. Rachel, es wird meistens als männlicher Gott angesehen, aber manchmal wird Rachel auch als Androgyn angesehen oder auch als weiblicher Engel. Rachel beschützt auch die heilige Sexualität und Tantra. Rachel ist damit ein Cherub, ein C-H-E-R-U-B und ein Träger eines noblen Ranges.